Musik 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 Caroline, wherever you are, you do what you have to do to keep everyone alive till I get there. Musik 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 Was ist das? 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 Let's go! Get off of me! William, are you all right? Anya... William... ...I prayed for you to wake up. I'm gonna burn. Don't be stupid. Okay. Let's get you up! You've gotten so fat. Set says we're having twins. Not now, Kinderlach. If we survive, you'll have enough time for schmutzerei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. I'll get down, William. Escape, Max! Escape! Shoot! Shoot! Ah! That's all. You shoot good, Max! Smile! Caroline! You're not a bad boy with a weapon! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Sigrun! Why are you so hard? I don't know, Mother. Ah! You don't know? You don't know? You don't know for humanity! Oh no! Not doing this! You're not doing that! You're not making your own people! I've made it! Mutual, Mother. I ate a little sequence of cookies. Just a little bit. You're a little- You're a little bit! You're a terrible rabbit! You're a ludic! You're a family! Familie! Was werden die Leute sagen? Wenn du in eine Klinik für feldsüchtige kommst! Die Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte, ihr Alten! Das ist nicht mal eine Backfalle wert! Wer ist da oben? Da bin ich mir sicher! Armasch nach drinnen! Ja, Mutter! Los, rein! Ich lock ihn raus! Megapunkt! Ich bin der Terrorist und Wernerer! William Joseph Blaskowitsch! Also, Frau Torben! Ich bin bereit, die Leben von jedem von euch! Wenn ihr so überlebt, die Tür öffnet! Ich bin der Fall! 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 Wir haben unsere Leute! Sie haben uns geschaut, aber was können wir tun? Du bist auf dem Weg! Wir müssen uns irgendwie ausgerissen uns, wenn du da bist. Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Ich kann dich nicht verlieren! Ich bin der Fall! Du bist in der Fall, William! Du bist nicht in der Fall! Ich bin der Fall! Ich habe eine Reise! Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! All right! Ich bin der Fall! Was ist das? Was eine lustige Sicht. Die Mastermind, in ihrer eigenen Felt. Moskowitsch, du wirst. Was ist für mich? Ich bin für dich. Wie hältst du dich, Caroline? Ich weiß nicht, wie sie uns gefunden hat. Ich habe mich gebrochen. Sie hat uns gebrochen. Ich habe alles gebrochen. Du denkst, du bist ein Hörer, William Joseph Blazkowitsch? Sie sind auf den Krüppel! Ich sage dir, du bist nicht. Ich sage dir, nur die Degenerate Rats des Slums des Slums admire dich. Die Dreckige der Schleppel festzuhalten in der Ghetto. Aber wenn sie dich sehen, wird das verändern. Ich sage dir, ich werde dich auf internationalen Telefon. Look, alle! Ist das wie ein Hörer aussieht? wie ein Hörer aussieht. Wie ein Hörer wettet wie ein Hörer ist. Wie ein Hörer Wie ein Hörer ist. Sie schlafen und Sie schlafen Sie schlafen Sie schlafen nicht Ratschung nicht schlafen. Mutter! Sieg-Un Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du fällest sie frei lassen. Aber das tue ich doch! Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Du hast gesagt, du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in deinem Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Kämpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Stop! For God's sake, stop! Start, du! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon an! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist! Du aufgehst wie eine dicke, fette Säkuh! Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst! Ich bin verpflichtet, das zu melden! Du hattest kein Recht, es zu lesen! Caroline Becker, leader of the Chrysos Circle, the criminal mastermind. Never give up has courage, never give it to these people. I think not. I think you're just another... Oh, damn it! Oh! Oh, my God! Oh, no! Ich habe es gesehen! Immer macht den Meister! Look at this. Oh, strange. One moment she resorts, and now she's gone. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, hm? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen, denn du wirst verlieren. Und nun, zu dir. Also ein anderer Freund von dir, ja? Stopp! Don't move this! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Captain, put this out! Hit me! Das ist mein Tagebuch! Nicht eins! Das ist mein Tagebuch! Was? 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 Hey, ich bin ein Goldbein-Gew Caller, wie dein Mutter. Danke für das. Ich kann dir helfen. Ich kann dir informieren. Militärsfehlungen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir nicht verlassen die U-Boot. Ich weiß, dass es da sind. Escaptons da sind. Ich weiß, dass sie die Kotsche öbben. Hey, hey, Becker! Wie können wir die U-Boot verlassen? Die Tür ist da. Das führt zu der Kontrolle. Mit dem Elektromagnetischen Traktor-Arm. Du kannst sie von dort verlassen. Ich weiß, dass Sie die Tür öbben können. Du kannst diese Tür öbben? Ja! Kap! Komm schon!